So, Leute, ich hab's hier so schlafen, aber dann kommst du mal rein auf eurem Einfach und wir machen mal alles drüber drüber hin. Lass mal ein Baum aufbauen. Das wird jetzt als Zehnpläne sicher hochladen. Lass mal ein Baum aufbauen. Oh, das sind schon schweißen. Spitzkirchen und Sperr. Spitzkirchen und Sperr. Ich hab so eine komische Insel gespawnt. Spitzkirchen und Sperr. Spitzkirchen und Sperr. Spitzkirchen. Spitzkirchen und Sperr. Lass noch nicht reinges carrier und schweiß. Das war noch original, aber echt nicht neerk researchers- Oh, da dürfen wir noch explizit legen, die einsammeln. Aha, da. Oh, explizitieren wir auch noch mit. Ich weiß es nicht, um das Flasche zu zu essen. Oh, Mann, das ist mega. Ich hole mir den Stein durch. Warum ist das noch mit dem Stein, Warte? Wir brauchen 16 Stein, 8 für den Ofen, 3 für den Ofen, 3 für den Ofen, 3 für den Ofen und 2 für den Schwert. Oh, wir haben schon mal das hier noch ein. Ich muss schon mal die ganzen Waffen da verbringen. Das, das und dann Schmerz. Machen wir das noch damit rein. Und dann können wir schon mal ein Baum bauen. Ich denke, der muss ja... So, wird... So, das haben... Das... Dann bauen wir erstmal ein paar Räume ab. Wir haben vier Räume. Also, 15 Minuten, oder? Wenn der Weihand sagt, nö, dann kann ich ja irgendjemand anrufen oder auch sonst, das steht in dir, wenn man sieht, was ich da auch schon nachführe, dann kann ich überhaupt auf, ja. Oh Gott. Oh, ein Apfel, sehr gut. Goldäpfel. Was ist erlaubt. Also, ich muss ja noch zwei, drei Arten ab. Okay. Das war ein bisschen interessant. Na komm. Was ist da? Oh mein Gott. Das haben wir schon mal anders. Oh, jetzt mal eben mal nach unten. Oh, dann haben wir noch keine drücke. Einfach straight runter. Das ist das beste. Ich weiß es nicht. Ach, es war auch als wir es da holen. Ok, das sind die auch schon. Ok, 11 oder 10? So, machen wir den Bildern. Das ist neu. Dann brauchen wir zu. Gut. Jetzt schauen wir mal. Ok. Der Gold. Nicht erbauten. Was ist da hinten? Ach, das ist nochmal. Oh, das ist nochmal. Oh, das ist nochmal. Oh, das ist nochmal. Oh, das ist nochmal. Brauchen Kohle. Ok, gut. Das ist kaputt gegangen. Ich hole jetzt mal den Öffener. Oh, das ist kaputt gegangen. So, hier ist es dumm. Jetzt mal spitzbezocken. Guck mal. Oh, das kann man hier einfach schön lassen. Ja, mach mich. Oh, das ist ein Hechtstone. Das ist ein Hecht. Das ist gut. Oder irgendwo geradeaus müsste es noch was sein. Oh, das war's. Ich würde es nicht mehr sagen lassen. Von wegen in der Daal. Oh, da haben wir noch aufbauen. Das ist ein Kulapum. Das war's für heute. und 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 das ist das und 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 Prozent 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 gut und schon gut Weißens habe ich hier nichts mehr, dann bauen wir den damit ab. Alles mit, lassen wir jetzt laufen zurück. Noch ein bisschen. Ah, ich hätte es noch nicht gut verlängern. Ohne Radfuss wird es auch. Wohl. Okay, das Gold erschmissen wir noch. Okay, jetzt ist es eh kaputt. Ich könnte... Das bräuchte ich auch nicht. Ja, dann werde ich nachdem ich den Kult-Apfel habe, die Aufnahme wenden. Und dann sind wir es morgen wieder. Und dann weiter und fuhren. Von Bardo schon. Das war ja immer schon mal. Und als halb tun wir da noch ein bisschen weiter. und домой. Also nichts anderes ist mir mehr近. Und dann noch ein bisschen in den Zeug nehmen. So, ich brauche noch eine Kiste. Da auch hin. Und dann noch ein bisschen. Und dann noch ein bisschen. Und dann noch ein bisschen. Keine Goldaufel. Und dann noch ein bisschen. 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 Und dann noch ein bisschen.